Heyo! Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Da muss ich hin. Da laufen wir hier mitten durch und finden schon mal alles, was wir brauchen. Ja, warte mal. Ich mach hier aber... Ja, ist ja wurscht. Ich weiß ja, was ich will. Ähm, geht mal weg, Homies. Achso, nein, hier war es schon richtig. Ach. Ja, auf einmal war es wieder dunkel. Da habe ich gedacht, ich laufe gegen... Naja. So, das letzte Mal im letzten Video bei mir vor zwei Minuten sind wir hier ziemlich chaotisch einfach mal durch die Gegend gelaufen und haben uns Sachen angeschaut. Jetzt mache ich erst mal ganz gezielt dieses Rift da oben kaputt. Hat hier gerade irgendwas finster gegrunzt? Egal. Ich mache jetzt dieses Rift da oben noch kaputt. Ich denke, dann haben wir hier alle beiden Rifts. Und vor allem ist hier unglaublich ein Landmark. Und wenn da eine Leiter ist, muss ich klettern. Das geht einfach nicht anders. Anvers Mining Company. Ja, genau. Die haben das ja alles gebaut. Operations at this site are no longer profitable. Official closure will occur on 13 Justinian 939 Dragon. Ja, die haben irgendwann zugemacht, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. So. Upper Ledge. Fade Rifts. Ach nee, Rifts high and low. Genau. Das ist das zweite davon. Echt jetzt? Ja, was bist du für eine Kumpfbacke? Meine Güte. Mr. Tyson, ne? Da muss echt erst der Bull kommen. Ins geistige Gesicht. Ach, falscher Knopf. Und ich muss jetzt mal ausprobieren. Hilft das bei denen? Zack, zack, stech, stech. Taunted. Ach so, mein Gift ist jetzt auch schon wieder weg. Ja, das muss ich nochmal probieren. Für andere Gegner. Ich fühl's hier, wie es explizitiert. Na fuck. Na komm her. Hark. Oh, ich bin level 12. Ach, den Lied. So, ich geh mal stänkern hier. Oder hinten ist er. Komm, 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 komm. Boah, das war ein Tritt in die Lüse. Habt ihr das gesehen? Oh, oh. Was ist los? Das glaube ich nicht, Tim. Ich glaube, ich spinne. Mitten im Kampf. Oh, Mensch, ich brauche hier irgendwas mit Barrier-Schaden. Guck mal, der braucht nicht. Ey. Da hast du es mir auch noch nicht passiert. Ach ne, komm schon. So. Da hat sich der Kampf doch glatt zu weit erstreckt. So, egal. Boom, weg ist es. Sehr schön. Also das letzte Mal, wo wir uns noch an zum Level 12 Rift versucht haben. Uh, da gab es ordentlich eins auf die Nuss. Aber jetzt hier gleich beim ersten Mal. Wie schaut es hier aus? Fünf von acht. Moment, ich habe doch hier Sachen unterwegs. Die will ich unbedingt haben. Sonst hätte ich gesagt, ich beam mich mal schnell zum Lager. Das heilt auch gleich und füllt die Tränke wieder auf. Aber wenn ich jetzt dafür hier die Sachen einfach liegen lassen muss, um nochmal hinzulaufen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Vor allem das hier ist doch irgendwie so malerisch. Und dann mitten in der Wüste einfach mal so ein Wasserfall. Und da ist ganz praktischerweise eine Brücke nebenan. Oh, das ist so cool. Ich möchte da jetzt echt in echt sein. Ja, echt in echt. Ach, das ist toll. Das ist einfach toll. Aber ich muss mal... Ja, nochmal da unten ist Höhle. Oh, ne, da ist ja schon dieses Teil. Oh. Ja, warte mal. Dann packe ich mir den hier noch mit ein. Ja, wenn da hier dieses Haus der Spinnen ist, dann... ...riskiere ich es mal mit unserer Popelausrüstung, die wir noch haben. Also halt, es sind ja nur noch ein paar Heiltränke. Hier ist auch so ein verkohleter Mensch. Also entweder vertreibt das Feuer, wen auch immer, oder es lockt wen auch immer an. Tja. Bar-Ass-Cavern. Das ist schon mal eine hässliche Spinne. Oh, warte mal. Ich bin ja auch eine Torch. Yo, Bitches. So, was haben wir denn? Oh, 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 Level 12. Ach, du liebe Güte. Moment. Du hast noch einen davon. Und du auch. Du bist jetzt einfach mal Kyle of Rap Ball. ähm, play. Guck, gluck, gluck, gluck. Hä? What happened? Ah, ich kann gerade nicht verflixt. Jetzt kann ich. Oh, das sind aber auch ganz schön viele, ne? Ich muss dann auch dringend ins Lager. So, auch wenn Giftspinnen nicht mit Gift bekämpft werden sollten. Das heilt mich. Ach, du liebe Güte. Kommt der mir nach? Oh, ja, der kommt mir nach. Ach, du Scheiße. Oh, weih. Boah, die sind vielleicht ganz schön heavy. Falsche Richtung. Hält vom Feld. Oh, Mann. Ich glaube, hier gehe ich gleich drauf. Leute, ich muss flüchten. So doof das auch ist. Ich muss flüchten. Ich habe keine Health Potions mehr. Und jetzt habe ich auch kein Health mehr. Äh, ja. Okay, das heißt jetzt für mich. Run. Be gone. Schnell flüchten, solange ich noch flüchten kann. Also das hier ist definitiv noch eine Nummer zu hoch. Das sind einfach zu viele. Okay. Also. Kann es vielleicht sein, dass ich doch da drin... Komm. Jawohl. Fünf von acht. Vier von vier. Was hast du noch? Ja, ja. Bleibt cool. Dass ich Feuer machen sollte? Hm. Nee, nee, nee. Ich warte mal, bis meine Kollegen hier auch noch mindestens ein Level weiter sind. Das ist doch... Es sind halt recht viele. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das wollte nicht aufhören. Aber vielleicht muss ich hier wirklich... ...ein wenig Feuer da drin machen. Ich habe es dann erst zu spät gesehen. Das sind wirklich Fackeln, die man anzünden kann. Hier ist nichts weiter. Okay. Ähm. Ja, warte mal. Da brauche ich einen neuen Plan. Das ist das hier. Ein Shard. Das sind auch Shards. Da ist noch ein Landmark, was ich nicht habe. Nee, ähm. Dann gehe ich jetzt mal da hin. Jawohl. Vor allem Getränke. Genau. Und dann gehen wir halt mal in die Richtung. Zwar... Erst mal das. Und dann da. Und dann hier oben ist dann auch, glaube ich, der Eingang. Ja, das ist jetzt doof. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber... Ich meine, ich könnte es auch noch mal probieren. Aber das... Es besteht nur die Gefahr, dass es gleich noch mal so schnell geht. Drum... Ich muss ja da jetzt nicht unbedingt hin. Ich kann auch echt noch ein bisschen warten. Bis meine Leute hier ein bisschen kräftiger sind. Und dann mache ich das halt ein anderem Mal. Komm hier, jetzt darfst du mal treten, großer Mann. Geht das gar nicht? Ach so, na gut. Warte mal, hier ist irgendwie kieblich irgendwas. Ja, das ist wohl wahr, ne? Und wenn ich so mitten in der Wüste ist, dann plötzlich einfach... Ja, dieses Paradies. Ist echt schwer zu glauben eigentlich. Aber seid ihr gut oder seid ihr böse? Ich nehme euch mal euer Essen weg. Ja. Nehmt es mir nicht übel. Also ich hätte ja schon mal Bock, hier so eine Oase irgendwie... Einfach mal zu finden. Oh, der ist aber böse. Ne. Ich müsste ihn mal hinmachen, sonst ist es zu laut. Genau, das klappt bei mir mit Multitasking nicht so ganz. Hat nichts fallen lassen. Okay, weiter geht's. Ja, wenn da nicht das Ding mit der Wüste wäre, ne? Ich meine, eine Oase ist es ja im Endeffekt nur, wenn irgendwo eine Wüste außenrum ist. Also das wäre zumindest jetzt meine Definition einfach mal. Und ja, jetzt irgendwie durch die Wüste wackeln, kurz vorm Verdursten sein. Um dann so eine Oase zu finden. Ich meine, das macht den Fund natürlich noch geiler. Aber den Weg dahin natürlich auch noch viel schrecklicher. Ja, wo will ich denn jetzt hin eigentlich? Ich hätte mal gesagt, wenn ich schlechte Orientierung sind, sagt, ich muss hier lang. Okay, was auch immer ich jetzt hier betätigt habe. Jetzt bin ich hier. Hier will ich doch gar nicht hin. Verflixt und zugenäht. Falsch abgebogen. Komme ich jetzt... Da komme ich nicht hoch. Huh, der war knapp. Sehr gut. Dann muss ich wohl da rüber. Ich habe doch gesagt, mein schlechter Orientierungssinn. Komme ich jetzt da bitte schön raus, wo ich hin... Oh ja, das schaut gut aus. So, das müsste hier der letzte sein. Jetzt machen wir den 1 von 4. Ich habe schon einen. Okay, cool. Wo auch immer. Da unten ist ein Camp. Wer könnte denn... So, Nummer 3 und Nummer 4. Sehr gut. Das ging fix. Das werden wir dann gleich beim nächsten Mal, denke ich, gucken. Ich werde jetzt hier versuchen, noch 5 Minuten zu schinden. Nein, es ist natürlich kein Schinden. Upper Walkways. After watching one young lad scale a rock face on a bed, I was comforted to find that not all the miners shares lack of self-preservation and a railing had been built along the upper walkway. I admit, the walk does offer a fine view of the heart of the oasis, the pool and... The next page marks the beginning of a new entry. To set was clearly fascinated by the region. Jetzt habe ich die Hälfte verschluckt. Yet, like all accounts of the area, a clear description of the heart of the oasis is lacking. Ja, das Herz muss wohl dann da hinten drin liegen. Und da ist wohl bisher keiner reingekommen, ha? So interpretiere ich das jetzt mal. So, uh, ich muss... Oh! Oh! Ja, wenn man den haben will, muss man halt einfach ein bisschen was einstecken können. Ups, was haben wir hier noch? Das heißt aber auch, ich muss nochmal da hochlaufen, ne? Ach! Juck! Da ist der nächste. Das ist aber auch gemein, dass wir das gebaut haben. Hm. Uh! Ach, ist! Schon wieder so verbrannte Menschen. Ein Grey Warden-Schild. So, das letzte Landmark ist ganz oben, am allerersten Camp. Das werde ich jetzt nicht holen. Ich stelle mich jetzt da oben vor das Ding. Und dann gehen wir da rein. Als erstes, glaube ich, gucken wir mal noch, was das für ein Camp da ist. Vielleicht gibt es ja noch was zu lesen. So. Wo sind eigentlich meine Homies? Ah ja. Die sind so still. Die hört man gar nicht. Ja, richtig abbiegen. Oh, das ist eine Sicht, ne? Wie sich hier die Sonnenstrahlen am Pfosten brechen. Ey, wenn man das aus dem Dunkeln, dieses Hell rauskommt. Ach. Eine Augenweide. Eine Augenweide, dieses Spiel. Immer noch. Oh, voll gegen Pfosten geknallt. Hier haben wir noch einen Schad. Sonst scheint hier aber nichts mehr zu sein. Läuft auch keiner rum. Gibt nichts zu finden. Wow. Uch, ich bin es doch tatsächlich ein wenig erschrocken. Ah. Hello. Freed our slaves. Hey, B1. Huah. Und nein. Hör mal. Nö, ich renne den jetzt aber nicht hinterher, weil ich will jetzt da in diesem Bambel-Tempel. Unlocked with the power. Ja, und ich weiß auch warum. Der hat ein A am Hals. Ja, ha, ha, ha. Nein, Leute. Ich mache jetzt hier Schluss. Und beim nächsten Mal gehen wir da rein, weil sechs Shards haben wir auf jeden Fall. Und ihr seht schon, um hier vorwärts zu kommen, kostet das quasi Geld. Ha. Oder so eine Art von Geld. Aber ach, das ist so hübsch. Ich lasse es jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen. So, dankeschön fürs Zugucken. Tschüss. , das ist so hübsch. Ich lasse es jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen. Vielen Dank.